Diese Hilfsmittel, diese Brillen, spielen dem Auge und oft auch dem Ohr eine virtuelle Realität vor. Diese Brille wird zur Darstellung und gleichzeitigen Wahrnehmung einer scheinbaren Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet. VR steht für virtuelle Realität oder eigentlich aus dem Englischen kommend für Virtual Reality. Virtual Reality. Es ist die VR-Brille. VR-Brille.